Ja, hi, Steve hier. Wir haben uns in letzter Zeit jetzt nämlich rar gemacht, aber wir waren alles andere als untätig und haben ganz, ganz viel an neuen Songs gearbeitet und nächtelang im Proberaum gesessen. Ich will nicht mit ins Fernsehen. Mit Jörg zusammen. Das war übrigens Jörg. Wie gesagt, wir haben nächtelang im Proberaum gesessen und war eine Woche lang in Holland und haben da Songs geschrieben. Und jetzt sind wir heute hier angekommen, um unsere neue Platte aufzunehmen, hier im Prinzipalstuhl, in der Nähe von Münster. Und ja, wir sind alle sehr enthusiastisch, was die Sache anbelangt und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das geilste Album machen werden und freue mich tierisch drauf. Das ist der erste von vielen, vielen Blogs, die wir hier online stellen werden für euch auf unserer Seite und ihr könnt immer alle News erfahren, ihr könnt alle, wenn was Wichtiges passiert, einfach reinschauen und wir zeigen euch alles. Haut nah! Wenn das Ding kaputt ist, dann gibt es hier Kuller an der Kinder-Trähen. Ich fühle mich wohl auf die Schippe, hör.